Herzlich Willkommen zu den Federal Network Sondermeldungen. Server Probleme auf Griefer Games. Die City Builds 1, 3, 6 und 11 sind derzeit nicht erreichbar. Das liegt an einem Verbindungsproblem mit dem Hoster, wofür Griefer Games derzeit nichts zu tun hat. Testphase der Farmwelten Resets wird auf alle zwei Monate erweitert. Der nächste Reset ist am 3.12.2019 Nacht. Möchten Sie mehr wissen? Der ehemalige Anführer des Chaos Trupps. Aber heutzutage seid ihr einfach als Commander bekannt. Ihr führt die Allianz an, die das Sarkul Imperium stürzte. Ein Held der gesamten Galaxis. Wie fühlt es sich an, zur Republik zurückzukehren? Es fühlt sich toll an, Alec. Ich freue mich darauf, die Allianz und die Republik näher zusammenzubringen. Freut mich zu hören. Einige Leute in eurer Position hätten sich im Stich gelassen gefühlt, nachdem das Abkommen der Republik mit Sarkul jede offizielle Unterstützung für die Allianz ausgeschlossen hatte. Und trotz dieser widrigen Umstände seid ihr loyal geblieben. Ihr habt die Republik auf Iokard unterstützt. Wieso? Ich könnte die Republik niemals im Stich lassen. Ich musste helfen, egal um welchen Preis. Das habt ihr seitdem mehrfach bewiesen. Auf die Bitte des republikanischen Personals hin, habt ihr die Jedi-Kolonie auf Ossos verteidigt, als sie vom Imperium angegriffen wurde. Während dieses Angriffs haben wir erfahren, dass Darth Malgus überlebt hat. Er ist womöglich der gefürchtetste Kommandant des Imperiums. Was habt ihr bei seinem Erscheinen empfunden? Malgus ist gefährlich, aber wir haben ihn schon einmal besiegt. Wir können es wieder tun. Euer Selbstvertrauen beruhigt mich. Ich fürchte, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Also kommen wir zum Kernpunkt. Der Krieg gegen das CIF-Imperium. Können wir gewinnen? Wenn sich die Republik und die Allianz zusammenschließen, hat das Imperium keine Chance. Das höre ich gern. Habt ihr noch ein Schlusswort, bevor wir die Sendung beenden? Die Republik ist ein Schmelztiegel, in dem alle Völker der Galaxis zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu erschaffen, das größer ist als wir selbst. Wenn wir gewinnen wollen, können wir das nur gemeinsam schaffen, um das Beste in allen zu wecken. Das sind wahrlich inspirierende Worte. Vielen Dank an unseren besonderen Gast. Ich bin Alec Rennin. Gute Nacht und immer stark bleiben.